Als eine junge Ärztin gegen die Anweisungen ihrer Vorgesetzten verstößt und beschließt, einen Obdachlosen zu behandeln, steht sie kurz davor, den Konsequenzen ihres Handelns ins Auge zu sehen. Mit Mitgefühl zu handeln, würde sie ihre lang ersehnte Position in diesem Krankenhaus kosten. Doch eine Reihe von Enthüllungen über die Identität dieses Mannes wird das Leben der beiden auf neue Bahnen lenken. Die Familie Ford lebte in einem alten, aber sehr gut erhaltenen Haus. In einer ruhigen Nachbarschaft gelegen, hob sich das Haus durch seine charmante Architektur und bezaubernden Details hervor. Beim Betreten ihrer Tore war es, als würde sich die Zeit vor der Größe der Ford-Dynastie verneigen. Die alten Möbel, sorgfältig poliert und gepflegt, spiegelten den Stolz der Familie auf ihre Wurzeln wieder. Das Kinderzimmer beherbergte Spielzeug, das von der Zeit abgenutzt war, jedoch voller Abenteuer und geteilter Lacher. Die Bibliothek, ein Zufluchtsort des Wissens und der Fantasie, öffnete Türen zu unbekannten Welten. Jetzt war das Haus der Ford das Zuhause von Brady, seiner geliebten Frau Eva und ihren beiden Kindern, Olivia und Tom. Unter dem familiären Dach fanden sie einen sicheren und einladenden Zufluchtsort. Brady hatte seine Kindheit in diesem geschichtsträchtigen und bedeutungsvollen Haus verbracht. Jede Ecke, jeder Korridor und jedes architektonische Detail waren in seinen liebevollsten Erinnerungen verankert. Nach dem traurigen Abschied seiner Eltern übernahm er die Verantwortung für die Pflege des Anwesens, das so viel für ihn und seine Familie bedeutete. Trotz Brady's engagierten Bemühungen, das Ford-Haus in makellosem Zustand zu halten, hinterließen die vergehenden Jahre und die unbarmherzigen Kräfte der Zeit ihre Spuren. Von Zeit zu Zeit traten kleine Rückschläge auf, wie leckere Rohre und Wassereinbrüche. Das Ford-Haus, mit seinen Narben der Zeit, war eine Erinnerung daran, dass, ähnlich wie im Leben, Schönheit und Stärke in den Unvollkommenheiten liegen. In einer kalten Morgendämmerung verursachte ein elektrischer Funke einen verheerenden Brand, der sich unbarmherzig im Ford-Haus ausbreitete. Mitten in Panik und Verwirrung führte Brady, mit instinktivem Mut, seine Familie aus dem Haus und sicherte ihre Sicherheit. Doch inmitten des Tumults und Chaos bemerkte die kleine Olivia mit schwerem Herzen, dass ihr Hamster zurückgelassen worden war. Getrieben von Liebe zu ihrem pelzigen Freund entschloss sich Olivia, der Gefahr zu trotzen und mutig in das brennende Haus zurückzukehren. Ohne dass jemand es bemerkte, rannte das kleine Mädchen zurück ins brennende Haus. Die Intensität des Brandes war überwältigend. Die Flammen tanzten um sie herum und verzerrten Möbel und kostbare Erinnerungen. Ohne Rücksicht auf Angst und nahe bevorstehende Gefahr fand Olivia den Käfig ihres geliebten Hamsters und streckte vorsichtig die Hand aus, um ihn zu retten. Während die Flammen in Olivias Zimmer vorrückten und es in ein brennendes Labyrinth ohne Ausweg verwandelten, hielt das Schicksal eine unerwartete Wendung bereit. In dem verzweifelsten Moment, als die Verzweiflung in der Luft lag, trat ein Held aus den Schatten der Flammen hervor. Mark Webber, ein erfahrener und furchtloser Feuerwehrmann, drang mutig durch den brennenden Korridor vor. Sein Herz pulsierte mit der Mission, Leben zu retten, und er war entschlossen, Olivia in Sicherheit zu bringen. Mark fand die junge Olivia, eingeklemmt und verängstigt in ihrem Zimmer, kämpfend, um inmitten der Dunkelheit und der erstickenden Hitze zu atmen. Mit Geschicklichkeit und Gewandtheit nutzte er seine Erfahrung und Ausbildung, um einen Fluchtweg durch die Flammen zu schaffen. In seine Schutzjacke gehüllt, schützte Mark Olivia, während er sie durch die Trümmer und die hungrigen Flammen führte. Die Familie Ford, die die Szene mit Dankbarkeit und Erleichterung beobachtete, nahm Olivia in eine enge Umarmung auf. Der bewundernde Blick in Bradys Augen traf den von Mark. Diese Heldentat würde sicherlich nie vergessen werden. Das neue Haus der Forz, das aus der Asche der Vergangenheit errichtet wurde, wurde zu einem Symbol der Erneuerung und Widerstandsfähigkeit. Jeder Ziegel war eine Erinnerung an die Stärke der Familie und an ihre Fähigkeit, sich wieder aufzurichten. Innerhalb dieser Mauern wurden neue Fotos aufgehängt, die strahlende Lächeln und Momente der Freude zeigten. Mit Liebe eingerahmt, erzählte ein Zeitungsausschnitt die Geschichte der heldenhaften Tat von Mark Webber, dem mutigen Feuerwehrmann, der Olivia aus dem verheerenden Brand gerettet hatte. Dieser Ausschnitt war mehr als nur eine einfache Nachricht, er war eine tägliche Quelle der Dankbarkeit und Inspiration für die Familie Ford. Jedes Familienmitglied, das an diesem Ausschnitt vorbeiging, wurde an die Macht der Güte und der menschlichen Großzügigkeit erinnert. Sie verpflichteten sich, die guten Taten, die ihnen zuteil wurden, zurückzugeben und wo auch immer sie hingingen, Mitgefühl und Hilfe zu verbreiten. Im Laufe der Jahre wurde das neue Haus der Forz zum Zeugen des Wachstums und der Errungenschaften der Familie. Die Kinder, Olivia und Tom, wurden durch das Beispiel des Feuerwehrmanns Mark Webber und die von ihren Eltern vermittelten Werte zu mutigen und mitfühlenden jungen Menschen. Die junge Olivia, mit ihrem mitfühlenden Herzen, entschied sich, den Weg der Medizin zu beschreiten. Ihr Wunsch, anderen zu helfen, führte sie während ihrer Studienjahre in verschiedene Krankenhäuser. Olivia wurde zu einer Referenz unter ihren Kollegen, einer engagierten und respektierten Fachkraft. Bei jedem Notfall, dem sie begegnete, zeigte Olivia Ruhe und Selbstvertrauen und bot den Patienten und ihren Familien in Momenten extremer Verwundbarkeit Unterstützung. Trotz der Herausforderungen, die der Arztberuf mit sich bringt, fand Olivia Erfüllung in dem Wissen, dass ihre Handlungen das Leben der Menschen verändern konnten. Sie erlebte Momente des Überwindens, der Heilung und des Wiederaufbaus, und jeder Erfolg brachte ein tiefes Gefühl der Erfüllung. Olivia fühlte sich geehrt und begeistert, das Arbeitsangebot eines renommierten Krankenhauses zu erhalten. Es war eine einzigartige Gelegenheit, einen bedeutenden Schritt in ihrer Karriere zu machen und ihre beruflichen Horizonte weiter zu erweitern. Der Ruf des Krankenhauses, bekannt für seine Spitzentechnologie und hochwertige Behandlung, zog eine privilegierte Kundschaft an. Sich bewusst, dass dies ein Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn war, nahm Olivia das Angebot an. Sie sah in dieser Gelegenheit die Chance, von Spezialisten auf ihrem Gebiet zu lernen, mit Spitzentechnologien zu arbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung in einer Referenzumgebung zu erweitern. Im neuen Krankenhaus tauchte Olivia in eine Welt der Innovation und medizinischen Exzellenz ein. Sie war fortschrittlichen medizinischen Geräten ausgesetzt und hatte Zugang zu den neuesten Ressourcen und Behandlungsprotokollen. Sie lernte von den besten Fachkräften ihres Fachgebiets, verfeinerte ihre Fähigkeiten und erweiterte ihr Wissen. Während sie sich an die luxuriöse Umgebung und die Behandlung der hochklassigen Gesellschaft anpasste, blieb Olivia fest in ihrem Glauben, dass alle Patienten, unabhängig von ihrer sozioökonomischen Herkunft, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung und eine mitfühlende Behandlung verdienen. Trotz des Prestiges und der technologischen Ressourcen, die im renommierten Krankenhaus zur Verfügung standen, begann Olivia ein wachsendes Unbehagen über das Fehlen echter menschlicher Verbindungen zu ihren Patienten zu spüren. Sie bemerkte, dass, obwohl das Krankenhaus eine hochwertige Behandlung anbot, die Umgebung oft den warmen und mitfühlenden Umgang vermissen ließ, den sie im medizinischen Bereich als Essenziel erachtete. Das hochmoderne und auf die Oberschicht ausgerichtete Krankenhausumfeld stellte häufig eine Barriere zwischen Ärzten und Patienten dar. Die effizienten Betreuungsprotokolle und der Schwerpunkt auf Schnelligkeit und Effektivität ließen wenig Raum für echte Empathie und individuelle Fürsorge. Vor diesem Hintergrund befand sich Olivia in einem großen Dilemma. Es war ein erschöpfender Tag für Olivia. Nach einer anstrengenden Schicht im Krankenhaus machte sie sich bereit, den Ort zu verlassen und sich auszuruhen. Während sie in Richtung Ausgang ging, kreisten ihre Gedanken um die wohlverdiente Erholung und die Notwendigkeit, ihre Energien für den nächsten Tag wieder aufzuladen. Doch das Schicksal hatte in dieser Nacht andere Pläne für sie. Ein Auto tauchte abrupt vor dem Krankenhaus auf und brachte einen älteren Herrn, der auf den ersten Blick wie ein Obdachloser aussah. Das Krankenhauspersonal nährte sich schnell, zögerte jedoch, dem unbekannten Mann Hilfe zu leisten. Es gab ein Hindernis, der ältere Herr hatte keine Ausweispapiere und niemand wusste, wer er war. Angesichts dieser Unsicherheit entstand eine Spannung zwischen dem medizinischen Team und der Krankenhausverwaltung. Das Krankenhaus war nicht dafür bekannt, Obdachlosen öffentliche medizinische Versorgung zu bieten, und die Verwaltung bestand darauf, den Patienten in ein anderes Krankenhaus zu verlegen. Doch Olivias Instinkt überwog. Sie erkannte die Dringlichkeit der Situation und fühlte sofort eine Verbindung zu diesem verletzlichen Mann. Ohne zu zögern, trat sie vor und übernahm die Versorgung, ungeachtet der Einwände der Krankenhausverwaltung. Mithilfe einiger Personen, die den verletzten Mann gebracht hatten, organisierte Olivia schnell eine Trage und begann, seinen Zustand zu bewerten. Sie war fest entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diesen Mann zu retten, unabhängig von seiner Herkunft oder seinem sozialen Status. Während sie sich auf die Notfallmaßnahmen konzentrierte, konnte Olivia die besorgten Flüstereien des Krankenhauspersonals um sie herum hören. Sie diskutierten die rechtlichen Implikationen und die möglichen Konsequenzen ihrer Handlungen. Doch Olivia blieb fokussiert, blockierte die zweifelnden Stimmen und widmete sich ganz dem Patienten. Mitten im Chaos konnte Olivia nicht umhin, den Ausdruck von Dankbarkeit in den Augen derer zu bemerken, die sie umgaben, einschließlich derjenigen, die anfangs Bedenken geäußert hatten. Als das medizinische Team zusammenkam, um Olivia und den unbekannten Patienten zu unterstützen, erfüllte eine Atmosphäre von Respekt und Bewunderung die Luft. Nachdem sie den unbekannten Patienten mit unermüdlicher Hingabe stabilisiert hatte, wurde Olivia gebeten, zur Direktion des Krankenhauses zu kommen. Ihr Herz schlug schnell, als sie durch die Korridore ging und versuchte zu verstehen, warum sie plötzlich gerufen wurde. Beim Betreten des Direktionszimmers spürte Olivia eine angespannte und unpersönliche Atmosphäre. Die Mitglieder der Verwaltung sahen sie mit ernsten Gesichtern an und warfen ihr missbilligende Blicke zu. Die junge Ärztin versuchte, ruhig und zuversichtlich in Bezug auf ihre Handlungen zu bleiben, und bereitete sich darauf vor, den möglichen Konsequenzen zu begegnen. Noch in derselben Nacht, in einer Sitzung, die den Verlauf ihrer Karriere verändern würde, wurde Olivia von ihrer Entlassung informiert. Ein Gefühl von Schock und Ungläubigkeit durchfuhr ihren Körper, während die harten Worte in ihren Ohren wiederhalten. Man sagte ihr, dass die Betreuung des Obdachlosen, der sich die Behandlung nicht leisten konnte, außerhalb der Prioritäten des Krankenhauses läge. Die Nachricht traf Olivia wie ein Schlag und hinterließ in ihr eine Mischung aus Wut, Traurigkeit und Empörung. Sie konnte nicht glauben, dass das Gesundheitssystem, in das sie so viel Zeit und Hingabe investiert hatte, so unbarmherzig und ohne Mitgefühl sein konnte. Die Entlassung schien eine Strafe für ihre Haltung zu sein, das Leben eines Menschen über finanzielle Fragen zu stellen. Als Olivia das Krankenhaus verließ, sah sie, dass der unbekannte Mann in ein öffentliches Krankenhaus verlegt wurde, das besser für seinen Fall geeignet war. Olivia empfand eine Mischung aus Emotionen. Sie wusste, dass sie nach ihren tiefsten Prinzipien gehandelt hatte, indem sie das Leben und das Wohl des Patienten über alle bürokratischen Hindernisse oder Konventionen gestellt hatte. In den Tagen nach der Entlassung trug Olivia eine Mischung von Gefühlen mit sich, Erschütterung, Enttäuschung und ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Dennoch gab es etwas in ihr, das sie antrieb, etwas für den unbekannten Obdachlosen, den sie gerettet hatte, zu tun. Angetrieben von einem aufrichtigen Wunsch zu helfen und besorgt um das Wohl des unbekannten Mannes, entschied Olivia sich, ihn zu besuchen. Sie wollte sicherstellen, dass er sich erholte und jegliche Unterstützung anbot, die sie konnte. Als Olivia im Krankenhaus ankam, um den Herrn zu besuchen, wurde ihr mitgeteilt, dass er aufgewacht war und sich gut erholte. Während sie in Richtung des Zimmers ging, in dem er sich befand, wurde sie von einer Krankenschwester begleitet, die beschloss, eine überraschende Information mit ihr zu teilen. Die Krankenschwester erzählte Olivia, dass der unbekannte Herr kein Obdachloser war, wie alle angenommen hatten. Tatsächlich war er ein Feuerwehrmann. Am Ende einer anstrengenden Schicht war er auf dem Weg nach Hause, als er von zwei Räubern überfallen wurde. Neben dem Diebstahl all seiner Habseligkeiten wurde er brutal zusammengeschlagen. Desorientiert und in einem verzweifelten Fluchtversuch rannte er auf die Straße und wurde angefahren. Nun wussten sie bereits seinen Namen, Mark Weber. Diese Enthüllung ließ Olivias Herz schneller schlagen. Sie konnte kaum glauben, dass der unbekannte Herr tatsächlich der Feuerwehrmann war, der vor mehr als zwei Jahrzehnten ihr Leben bei einem Brand in ihrem alten Haus gerettet hatte. Sie hatte seinen Namen nie vergessen, denn ihre Familie bewahrte sorgfältig den Zeitungsausschnitt auf, der die Geschichte der heldenhaften Rettung erzählte. Mit tränenden Augen betrat Olivia das Zimmer, in dem Mark lag. Sie näherte sich vorsichtig und erklärte, wer sie war und wie sie durch die Vergangenheit miteinander verbunden waren. Als Mark die Geschichte hörte, breitete sich ein Gemisch aus Überraschung und Wiedererkennung auf seinem Gesicht aus, während er sich an das Bild des erschrockenen kleinen Mädchens erinnerte, das er vor so vielen Jahren gerettet hatte. Nun wurde ihm klar, dass sie dieselbe Person war, die kürzlich ihre Karriere riskiert hatte, um das Leben eines Unbekannten zu retten. Der Raum füllte sich mit Emotionen, als Olivia und Mark ihre Geschichten teilten und die vergangenen Ereignisse mit der Gegenwart verwebten. Die Erinnerungen und Gefühle der Dankbarkeit kamen wieder hoch und festigten eine besondere Verbindung zwischen ihnen. Es war ein Treffen jenseits des Zufalls, eine Zusammenführung zweier Seelen, die in verschiedenen Momenten ihres Lebens außergewöhnliche Stärke und Mut gefunden hatten. Mark drückte Olivia seine tiefe Dankbarkeit aus und erinnerte daran, wie auch ihre Rettung einen unauslöschlichen Eindruck in seinem eigenen Leben hinterlassen hatte. Sie umarmten sich und teilten die besondere Verbindung, die nur diejenigen vollständig verstehen können, die gemeinsam intensive Erfahrungen gemacht haben. Nach diesem emotionalen Treffen überkam Olivia eine Gewissheit. Sie war noch überzeugter von ihren Entscheidungen, ihr Leben der Hilfe für Bedürftige zu widmen. Das Treffen mit Mark war eine kraftvolle Bestätigung, dass der Kreislauf der Güter auf unvorstellbare Weise überraschen kann. Der Samen der Güte, den Mark gepflanzt hatte, als er Olivia aus dem Feuer rettete, blühte nun auf, und jetzt konnte er die Früchte dieser selbstlosen Tat ernten. Olivia verstand tiefgründig, dass ihre Mission über die Mauern eines Krankenhauses hinausging und die finanziellen Einschränkungen des Gesundheitssystems übertraf. Sie wusste, dass es an der Zeit war, eine neue Arbeitsstelle zu suchen, an der Pflege und Respekt für den Menschen vor jeder finanziellen Erwägung kamen. Angetrieben von ihrer persönlichen Erfahrung und dem Glauben, dass jeder würdige medizinische Versorgung verdienen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, begab sich Olivia auf eine Reise, um eine neue Arbeitsstelle zu finden. Sie recherchierte Gesundheitseinrichtungen, die für ihren menschenorientierten Ansatz und ihr Engagement für den gleichberechtigten Zugang zu medizinischer Versorgung bekannt sind. Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren und einigen inspirierenden Vorstellungsgesprächen fand Olivia eine Anstellung in einer gemeinnützigen Klinik, die sich der Förderung der Gesundheit und der mitfühlenden Pflege verschrieben hat. Dort fand sie ein Umfeld, das perfekt mit ihren Werten übereinstimmte. Die Klinik prioritär die menschliche Verbindung, den Respekt vor den individuellen Bedürfnissen jedes Patienten und die Suche nach zugänglichen und inklusiven Pflegelösungen. Als sie diese neue Reise antrat, fühlte sich Olivia revitaliert und motiviert. Sie war entschlossen, das Leben der Menschen nicht nur durch medizinische Behandlung, sondern auch durch emotionale Unterstützung und echtes Verständnis zu verändern. Sie verstand, dass jeder Patient eine einzigartige Geschichte mitbrachte und es verdiente, mit Würde und Respekt behandelt zu werden. Der Wechsel zu der gemeinnützigen Klinik brachte Olivia ein Gefühl der Erfüllung und erneuter Zielstrebigkeit. Sie wusste, dass sie auf dem richtigen Weg war, wo sie ihren Beruf in seiner Gesamtheit ausüben konnte, ohne ihre Prinzipien und Werte zu kompromittieren. Die Fürsorge und der Respekt gegenüber dem Menschen standen jetzt im Zentrum ihrer medizinischen Praxis und sie war bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die auf dieser Reise auftauchen würden. Olivia wurde zu einer unermüdlichen Verfechterin der Gleichberechtigung beim Zugang zur Gesundheitsversorgung. Sie beteiligte sich an Projekten und Initiativen, die auf die Förderung der Gesundheit und den Schutz der Rechte der Schwächsten abzielten. Sie schloss sich anderen Gesundheitsfachkräften an, die sich dafür einsetzten, das Gesundheitssystem in eine mitfühlendere, gerechtere und menschlichere Umgebung zu verwandeln. Olivias Reise diente als Inspiration für Kollegen, Patienten und all jene, die sie kannten. Ihr Mut, ihren Prinzipien treu zu bleiben und einen Weg zu suchen, bei dem Güte und Fürsorge für den Menschen im Vordergrund standen, war eine Erinnerung daran, dass es selbst angesichts von Widrigkeiten möglich ist, bedeutende und wirkungsvolle Veränderungen in der Welt herbeizuführen. Olivia und der erfahrene Feuerwehrmann Marc, deren Leben sich in einem heldenhaften Akt in der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verflochten hatten, pflegten über die Jahre eine starke und dauerhafte Freundschaft. Die Freundschaft von Olivia und Marc war eine ständige Erinnerung an die Kraft menschlicher Verbindungen und die bleibende Wirkung, die eine Tat der Güte haben kann. Sie teilten eine einzigartige Geschichte, ein Band, das die Zeit und die Umstände überdauerte. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen!